wie eisenberg ich ja ich glaub mal speichern und jemand muss ich mal was essen gehen aber ich mache noch ein level ihr merkt es mir vielleicht auch nicht genau so ein bisschen ausgepowert ok eine maske was neues aber gut ich bitte vorstelle dass man ein bisschen neu vorwärts macht gut steh move too rinder ok Okay, das sieht sehr, sehr, sehr nass aus, okay, das ist schon die letzte Maske, oder? Ich weiß gar nicht mehr, na gut, wir schauen ja, was auf uns zukommt, Disco, Discofeeling, Baby, ist das Energie, hallo, ist das Energie? Nein, oh Gott, sehr ernst, Aktiviert doch den Schinken mal, Ist er jetzt bald aktiviert? Geht doch, vielen Dank! Aber Checkpoint nehme ich auch gern, oh, sieht grün aus! Okay, Gegner? Ja! Ach, er wieder! Ha! Das ist nicht mehr vergraben, nein, nein! Ach, ja, ja! Du nervst dich! Kannst du dich fuhren, so brei? Bitte auch! Hörst du auf! Anschloch! Ja, toll! Grab dich halt! Nein, nein, nein! Hier brauchst du gar nicht so einen Schinken anzuwerfen! So! Wieso gibt's eigentlich auch nicht so eine volle Energie? Aber egal! Okay! Checkpoint! Schon wieder ein Checkpoint, alle zwei Meter, ein Checkpoint, toll! Ey! Was hat der Mist? Ja, 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 ja! Aber ist ihr Stereo-Bashen oder was? Wie ist das? Ich bin auch nur allein, ne? Aber gut! Dafür seid ihr alle gleichzeitig gekillt worden! Ja, wundern wir hier nicht irgendwas ist! So weitläufig, ne? Okay, das ist nix! Hätte ja sein können! Gut! Ha! Ha! Hey! Ha! 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 Ah, Mann, ihr seid so ein Weichspüler! Hier! Kommt jetzt aber auch raus, ne? Ist doch wahr! Oh! Aber das war nicht gelungen! Und dann will ich nicht Seppi-Peter heißen! Pfff! gut und drüber da aktivieren du kannst steht es so nah davor und aktiviert toll tolle zielerfassung vor dem ich einen veräbern das wäre eh nix er gibt den kuss abschiedskuss das käme doch irgendwie oh gott oh gott oh gott nein ja ich wollte nur deswegen ja ja glaubt ihr mir nicht ja könnt ihr eventuell unter umständen ein klein wenig rezent recht haben wir sind ja nah dran nächstes gefühl von die schwe schmeckt sich ein mann abzu affe tot oder so ähnlich glück sind die gegner gebasht so und jetzt hauen wir mal raus wer schon so nirgst oder eh kein brot hast da hast du auch ja ich befreue euch ja hier kommt raus ruhig ruhig sehr schön Oha, was ist denn hier los? Was ganz Neues. Ich geh mal rein. Okay. Oh, ist das schön. Ha, er braucht schon Gegner. Wenn er so ein erfülltes Leben haben kann, dann springt er wieder raus. Fassbuck. Okay. Das ist mal ein Gehöft. Aber der darf uns nicht erwischen, oder? Nein, 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 nicht zu mir, nicht zu mir. Er tut uns auch gar nichts. Okay, wir werden nicht zu lange vorbei. Wir gehen mal weiter. Hä, was? Ach so. Deine Mutter. Okay. Hi. Brauche ich den? Der ist uns anstatt für gestörte Kinder. Ja, da bist du auch ein paar Leute. Ei, ei, ei. Gut, wir sind ja alle Kinder, ne? Aber gestörte? Das stand da. Das ist nicht meine Erfindung. Das stand da. Ich frage mich nur, ob ich den brauche. Ich glaube nicht. Ich könnte ihn nämlich... Ich glaube, ich kann ihn den auch nicht rum... Ich will mal schauen. Ich weiß ja, was man mit dem machen kann, oder? Na? Ja, genau. Eine Sorge weniger. Eine Sorge weniger. Eine Sorge weniger. Gut. Der andere hat ja auch gesagt. Er wollte seine... Sein... Sein... Kummer... Im See ertränken. Aber denkt ihr, seine Frau hätte ins Wasser gewollt? Aha. Er macht hier so einen Radau hier. Na, hallo! Hast du ab mich gewartet, mein Schätzchen? Okay. Interessant. Jetzt geht's mal nach links. Äh, hätte ich den Pfeil nachgehen sollen? So. So. Äh... Jetzt zählt, dass er gar nicht so gut hingeht. Ah, ja, 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 Pfeil nach, Pfeil nach. Hey! Ähm. Okay. Ah. Da sind die Pfeile. Hey! Was? Wie bitte? Ja, irgendwie wohl noch... Was tun müssen, oder was? Hey. Bringt jetzt was? Genau. Ja. Aufspringen, du musst. Ich mach gerade ein bisschen die Emulation schlapp, sich gerade an den Rändern. Sorry, wenn ihr das die ganze Zeit gesehen habt und ich das nicht gemerkt habt. Tut mir sorry. Achso, ich kam von hier. Okay. Ich hab ein bisschen... Ah, okay. So, woher lang gehen? Dann? Und dann und dann und dann? Ah, okay. Ok. Ich denke, ich weiss wohin das geht. Ist ja mal nett. Aus der Bahn! Oder ist halt selber schuld? Ah, die kleinen Globboxe. Was macht ihr denn hier? Ah, wollen wir spielen? Lieberlecht. So ziemlich die Frage... Ah! Moment. Lass mich! Ah, Mann! Muss er sein? Fassbar. Schaltab. Ich habe aktiviert, oder? Ich hoffe es doch. Ja, ich kann jumpen, wenn ich Gas gebe. Das ist ja praktisch. Ok. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Klasse. Ich habe nur eine kurze Zeit. Ich habe ja feuristisch. Ok. Ich mache mal ein bisschen Turbo hier. Nur für euch. Ausholen muss ich wohl auch. Sonst treffe ich den schist. Ah! Zu früh. Schade, Marmelade. Läufts. Läufts. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Das ist eigentlich auch nichts Böses, oder? Ein bisschen Furz kaputt. Ich bin nicht so. 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 Das ist das Ding. Toll. Dann konstruiere ich mich. Und dann toll. Ah! Spring auf! Mensch, ein Kind! Wie gesagt, ich spare meine Kräfte ein wenig, wieso, wie viel das noch kommt, wie schwer ich das noch gewohnt bin, das Spiel. Klar, mir gehts gut, ich bin nicht krank oder so, nein, nein. Sonst möchte ich mich nicht von Ausgang da im K.O. sein. Ah, hör doch auf! So billig. Ja, aufspringen du musst. Iju, iju. Genau, stimmt ja eigentlich schon. Aber schau mal, was sie hier alles so erdacht haben für die damalige Zeit, hat das schon, ne? Ein Stück, äh, sehr gewagt. Im positiven Sinne. Und den nicht umbelassen, hier einen aber wie das andere zu machen. Aber nein, das ist schön. Freut mich doch, freut uns doch. Uns hat's gefreut. 2000 herum. So. So. Jetzt würde ich wirklich gerne... ...durchwaschen. Nein, nicht durchwaschen, aber... Hä? Der springt nicht! Der Affen auch springt nicht! Toll! Wirklich! Toll! Und nochmal! Weil's so schön ist! Soll sich ja auch nach der Zeit... ...soll sich ja auch nach der Zeit... Ich wollte nicht Gas geben! War ein Unfall! Zu schnell gedrückt! Warte, bitte von der Kimi, ne? Ja! Ja! Hat gezählt! Der ist selber abgesprungen! Gut, zählt! Eigentlich dachte ich, es wäre das Ende des Levels, aber gut. Ja, ja... Ich weiß, dass das Spiel vorbei sein müsste, aber... ...das lassen wir später und ich mache doch irgendwann mal... ...ins Bett. Aber jetzt mache ich es halt morgen weiter. So. Toll! Ich bin noch drauf, drehe mich runter und falle runter. Ah! Also habe ich Hunger. Nach diesem Level gebe ich was Essen. Aber echt jetzt. So. Ich denke... Also bin ich. Ich denke, ich muss das hier... Junge! Was soll der Mist? Junge! Du nervst! Ich soll was hinkriegen! Junge! Ersthaft! Hör auf mit dem Mist! Mischt! Genau! Mit dem Mist! Wisst ihr? Es gibt zwei Dinge, die mich nerven. Drei Dinge gerade. Mein Mikro könnte sich dann mal wieder vor mir sein. Danke! Das Problem ist, dass es hier keine gerade Fläche gibt. Das ist ein Problem. Das geht mir nicht auf das Enkel, ey! Darf ich das jetzt mal schaffen, oder wie? Okay. Seht ihr, wo ich stehen muss? Genau. Hier. Jetzt geh ich mit... Du bist ein Sackarsch! Jetzt machen wir mal, was ich dir... Hör da! Sonst möchte ich das total nervt, aber gut. Kommst du jetzt dahin, du? Keine Beleidigung gegen Inder. Du, Hindu! Aber du... Sonst dahin, du! Na, endlich! Dann nimm's! Nimm mich auch! So! Bleibst du! Du, ich sagst dir, ich weiß, wo wohnt dein Haus! Sag mal! Junge, ihr wollt mich echt nerven hier! Hör was? Kann ich da hin? Zeig mal! Das schneller ginge! Es geht schneller! Lol! Tja, ich weiß auch nicht immer mehr alles! Eines weiß ich, dass das ein Kachlevel ist! Nein! Ist schon! Ist schon gut! Ist schon recht! Wir gehen auch mal oben lang! Vielleicht hätte ich das auch so machen sollen! Vielleicht gerade extremen Weg erspart! Unnötige Kosten und alles, was dazu gehört! Gut! Okay! Okay! Ach, Frau Globox! Was ist denn los? Wat? Wieso? Die haben hier nicht einen Freund! Okay! Ja! Sie haben... Ja, ja! Okay! Befreien wir doch die mal! Mit dem Schiff? Alles klar! Ah, Uglett heisst die! Uglett, okay! Oder Uglett! Uglett! Nein, Uglett! Nein, Uglett! Ah! Ich kann jetzt ein Schiff lenken! Wie geil ist das denn? Und ich kann schießen! Wie geil ist das denn? Ich denke, ich muss unter den durch! Ich kann auch nur schießen und lenken! Wat? Muss ich denn jetzt tun? Ah, wie lange ich das Level einfache? Ah, ich muss die alle mitnehmen! Okay! Ich dachte, ich muss die irgendwie noch befreien geben! Ja! Die waren fleissig, ne? Grosszügige Familienplanung! Respekt! Ich schieße auch mal alles ein bisschen über den Haufen! Und man weiss ja wie! Gut! Es fällt in sich zu! So! Ich glaube, ich gehe mal hier! Ich weiß nicht, ob das gut war! Ich versuche was wert! Ich hoffe, man schiefert! Oh, man schiefert! Mein schiefert nicht eben alles aus! Ah, okay! Ah, ich muss hier alles einsammeln! Okay! Die sind verzweigt! Na ja! Super und Kaspers! Ah ja ja! Die waren fleißig! Bis die Meule wieder alle gestopft sind! Bis die Meule wieder alle gestopft sind! Ah, ich kann da aber vor euch drücken! Okay! Alter! Habt ihr es gesehen? Ja! Habt ihr es gemerkt? Nein! Die Schlag herumdönern! Oh Gott! Ah! Hey! Hey! Mitnehmen du musst! Okay! Habt ihr was? Sie fressen, ey! Das muss doch irrsinnig was! Ne? Da reicht doch nur ein Aldi-Ausflug auch nie! Oder Lidl oder Denner in der Schweiz! Ich bin zufällig Schweizer! Habt ihr es gemerkt? Aha! Ja! Ich bin ganz besoffen! Uuuh! Ey! Ach, ich schwere! Ich schwere! Ich schwere! Ich schwere! Ich schwere! Das ist natürlich eine andere Geschichte! Oh oh! Ja, sie helft dir weg! Nicht gut! Man weiss ja nicht! Ihr schiesst mal dauerhaft! Okay! Geht wohl hier lang! Ja! Achso! Da war ich schon! Hier ist Knechtz und Echtz! Was? Ja, Woden! Was hat mich doch das? Das ist ja nicht! Neee! Aber wo? Wenn ich es habe, sonst ist es ganz schönes Gebiet hier! Ja! Vielleicht auch da lang! Immer links durch! Dann kann man schon irgendwo hin, oder? Jetzt bin ich gespannt! Oh Gott! Alter, man schiefgebrallt! Hops! Nicht gut! Und ich habe Hunger! Toll! Ich auch mit dem Klingbad! Ja, tu mich auch mit deinem Klingenbad! Ja ja ja! Oh! Man kann überspringen! Danke! Gut, wir haben ja Zeit. Wie sagt es das eigentlich, der Bist gespeichert, das muss ja alle anderen nochmal abklappen oder bieten. Könnt ihr euch bitte ein, wie ein? Ich habe Hunger. Meine Geduld ist dezent am Anschlag. Ah, hier war ich schon. Ah, gut. Okay, dann geht es jetzt mal hier durch. Soviel zum Thema immer links. Ey, ey, ey! Arsch. Mach dich mal klein, ey. Mal ein bisschen Turbo hier, hallo. Östliche Mine. Im Osten. Sorry. Ich weiß, ich darf da nichts sagen. Oder sollte nicht, oder wie auch immer. Ach, hier ist Wendipunkt. Okay. Wow. Guter Wendipunkt. Ist das die östliche Ebene Sackgasse, oder wie? Muss man jetzt die blöde Fliege ins Auge fliegen? Ah, okay. Das war so. Oh. Ich glaube, ich habe die Schmeissfliege erwischt. Die Fruchtfliege hat ja jetzt eine jetzt entdeckte Fliege an der Hand, wo ich mich jetzt gekratzt habe. Geschehe direkt auf Scheissvieh. So, alles an Bord. Es geht nach Hause. Dicht danach am Kühlschrank. Dünn, 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 dünn. Eieieiei. Ich komme hoch! Am Schluss muss ich sogar noch der Klett abliefern. Okay. Wäre kein Problem. Machen wir gern. Schnauze. Schnauze. Ach. So, ich glaube, es war nicht zartig, oder? Letzte Mini. Wo ist die? Ich habe doch was gehört. Ich verarsche mich nicht. Ich habe sie gehört. Wo war die? Es ist immer selbe Level. Toll, oder? Wo seid ihr kleinen Pissers? Nein. Da war es. Oder? Ich habe doch alle gesammelt jetzt. Ich werde dezent überfragt. Hier haben wir auch. Ich sollte mich auf das Spiel konzentrieren. Ich weiss. Ich bin gespannt, wo wir alles gefunden haben. Nach meinen Schätzungen nicht. Toll. So, dann ich denke mal die zwei letzten Schnitte. Die zwei letzten Orans und ihr wisst, wo man hin muss. Ich hoffe, ich habe jetzt Ali sonst. Beiss ich ins Mikro. Sollte echt geklappt haben jetzt. Gut. Wo ist die Ali? Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg. Sollte eigentlich sein. Junge, jetzt nehme ich immer ab wegen irgendwas. Sonst werde ich stinkig. Haben wir es jetzt? Oder nicht? Hoffe schon. Na, wer kommt denn da? Dein Brot. Ist doch nicht gut. Ja, ja. Schön. Jo, alle geholt. Wir trennen wir nochmal in Lobox. Eine Retterei hier in dieser Seite. Ach, der hat eine Maske? Leck mich. Wirklich? Das ist ja mal wirklich nett. Das ist dann nochmal ein angenehm Bosskampf. So, dann gehts weiter. Danke. Tschüssi. Danke für die Maske. Okay. Und jetzt trete ich den Boss in den Arsch. Okay. 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 Kommt auch noch früher mit. Unbesiegbar, unbesiegbar. Macht, Macht. Ja, ja. Bis in der Luft und schon nichts mehr schmeckt. Nichts mehr da. Aber gut. Und jetzt? Na ja. Gehen wir doch mal hin, ne? Jetzt geh schon, Rayman. Hab Hunger. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Rein da. Rein da. Oh, wir sind in den Stein gemeißelt. Nein, Spass. Jetzt bin ich gespannt. Weiss nicht mehr so viel vom Spiel. Gut. Geholt haben wir relativ viel.